Norddeutscher Rundfunk 2021 Oh Leute, was geht ab, Leute? Leider rote Augen Ich habe gerade einen Lunar Stein Raid gemacht Heute ist Montag, Feiertag X-Rails auch Ich habe sogar dreimal wieder Noch ein bisschen Cresten, noch ein bisschen Shinies Young vom Event Und ja, schauen wir mal Und einen Glücksausch habe ich heute auch wieder am Start Wisst ihr, was ich liebe an X-Rails? Man kann sie angreifen davor Es steht hier ein Leta King mit über 4000 WB drin Und danach ein Rihonio Beide mit Macho Mai zerstören Boah, richtig saftige E.P. Also Arena Punkte Und der wird wahrscheinlich verteidigt Das heißt, immer wieder die zwei angreifen Für so viel Arena Punkte Die gönne ich mir jetzt, bis der Raid startet Das ist schon ordentlich Ordentlich Sonderbomben waren auch nur an die Zwei? Gar nicht so schlecht Also 1299 ist 100 Ich wollte nur die Arena Punkte hier Eine Arena, die hier Oh, Regenbogen Warum wechselt eigentlich der letzte Verteidigung? Das sieht doch schön aus Eine Form gibt es noch Eine Menge Onyx Quest und Raid später Ich habe hier noch eine Immer noch erfolglos Weil jetzt hier vorne ein Onyx Raid Immerhin kann ich die Arena Punkte gebrauchen Aber ja, der zieht sich schon Der zieht sich Uh, Kleinstein Wo ist hier ein Kleinstein? An der Arena Ahja, und? Ne, der will auch nicht Aha Wir haben gerade von einem 100er Liljeb gehört Aber den habe ich schon gefangen Saftig Hat er mir noch gefehlt Jetzt kann ich alle wegschmeißen, ohne zu checken Also ich hätte ihn eh zuhause entdeckt Also kein Stress hier Ich hätte eh alle gecheckt Was soll ich halten? Ja schon Du kannst ja tippen, wenn du magst Das kann ich machen Das sind zwei Dags, oder? Oh, ich habe vergessen ein Team auszuwählen Egal Wir sind genug Das sind 17 Leute Ja, 17 Leute Das war eine private Gruppe Haha Ja, ob und die da Ja, die kommt zu kommen Ja Ja Die grün und Weitordnung Ja Und jetzt Alle sind Zwei Die 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 haben dann mit Metacross und Stolos gekämpft, die erste Runde am Staphos, nicht mal den komische Leute dabei waren, fangen wir mal zu selbst, wir haben hier noch ein shiny, äh was für shiny, noch ein hunderter, ein Zickzacks anscheinend, Interesse war nicht so groß, aber es kann shiny sein, außer bei Mugat, der war sehr enthusiastisch, shiny check, ne, ich weiß nicht ob es der ist also wir sind auf dem Weg zu dem Max Raid, Ostpark, ich war schon Ewigkeit nicht mehr hier, wir haben uns ein bisschen freikalkuliert, ist ein bisschen knapp, noch 4 Meter nach mal, gäbe ich keine Ahnung, 7, 8 oder so, aber wir kommen gerade nicht ins Spiel und auch hier zum Beispiel in Berlin schreiben die Leute, tut sich nix, kommt nicht rein, Jo auch nicht, was ja gut ist für uns, weil dann können die den Raid nicht starten ein Zeichen Gottes, dass wir den X-Raid schaffen sollen Alter, wir sind jetzt irgendwie reingekommen, hat Ewigkeiten gedauert, Spiel war irgendwie down, aber nicht nur hier, sondern echt überall, auch wie gesagt in Berlin zum Beispiel aber jetzt geht's eigentlich wieder, Wüste ging raus an den Kollegen David, der uns angelangt hat und dann haben wir auch einen Glückstausch mit ihm mal schauen, was wir uns da ergattern können Jo, abgesehen davon, der Tag war okay, jetzt nicht besonders erfolgreich, kein shiny Onix, kein shiny Lilieb, aber ein 100er Lilieb ich hatte nur 98er, jetzt kann ich alle löschen, das ist halt das Geile, wenn man ein 100er hat, man kann alle löschen, muss sie nicht mehr prüfen, checken einfach direkt weg, das ist einfach das Geilste so, Nummer 3 ich hab schon lange nicht mehr 3 gemacht 64 kommst du rein? 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 Ich hab nicht auf die WP gehabt, denn jetzt. Ja, bis der nächste Morgen, die Welt ist nicht runtergegangen. Das Wetter sieht heute eigentlich sogar wieder ziemlich gut aus. Ja, das war Blue, war übrigens 96%, Attack 15, andere Werte 14, 14. Heute ist der letzte Tag vom Event, ich versuche den nochmal zu nutzen. Gestern semi-erfolgreich, kein neues Shiny, aber ein 100er Lilium. Wieso nicht? Schreibt unten in die Kommentare, wie es bei euch so läuft, momentan mit dem Event. Habt ihr schon alle Shinies? Welche Shinies habt ihr? Weil ich kenne viele, die haben einfach von jedem bereits alles. Also zwei Android für die Familie, zwei Lilium für die Familie, zwei Onyx für die Familie. Ich hab einfach nur drei Android. Das Event geht übrigens heute Abend zu Ende. Wir sind live, schaut vorbei, ab 21 Uhr und 22 Uhr endet das Event. Da gab es ein bisschen Verwirkung, weil für nächsten Montag wurde es verlängert bis auf den nächsten Montag. Weil nächsten Montag gibt es nochmal die 50.000 als Adventure-Sync-Belohnung, plus die Sonderbonbons. Weil es gab irgendwie Probleme mit Adventure-Sync. Es hat nicht bei allen gezählt und, Alter, was ich da auf Twitter gelesen habe. Also erstmal, es wurde verlängert und wir kriegen sozusagen zweimal die Belohnung. Weil es irgendwie nicht richtig gezählt hat und viele dann die 50 gar nicht erreicht haben. Und andere Sache, das versuche ich jetzt in jedem Video zu erwähnen, bis der Tag gekommen ist. Weil ich muss ja jeden erreichen. Und zwar werde ich jetzt jeden Sonntagabend im Livestream 21 Uhr Freundschaftsaufstieg, Level-Aufstieg machen. Weil ich habe jetzt viele Wellen an Freunden und der nächste Ziel ist einfach in fünf Wochen. Ich kann nicht fünf Wochen warten, um da über Freunde und beste Freunde aufsteigen zu lassen. Dementsprechend jeden Sonntagabend, falls ihr mit mir befreundet seid. Und dann können wir halt natürlich auch im Livestream dann neue Plätze schaffen und dann möglicherweise ein paar Leute aus dem Stream erden. Fand ich eigentlich eine ganz nette Idee. Könnte natürlich auch im Chaos enden. Aber ich werde dazu noch ein einzelnes Video machen, damit das dann jeder von meinen Freunden weiß. Weil ich habe ja sonst keine Möglichkeit Kontakt zu euch aufzubauen. Damit alle Bescheid wissen und sich die EP gönnen können. Ich habe jetzt die Woche eine Menge Leute kommen. Also eine Menge Leute, die knapp den CD verpasst haben. Deswegen mache ich das ja, weil Zeit ist Geld bzw. Zeit ist EP. Aber das war's von mir Leute. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folge uns auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokemon is serious business. Ich bin immer noch ein nächstes Mal. Ciao. Ciao.